Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem Ratgeber zum Keylife Akku Staubsauger. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser kabellose Staubsauger für dich die richtige Entscheidung ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zu diesem Staubsauger unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, auffällig ist natürlich der günstige Preis von diesem Akku Staubsauger. Normalerweise würde man damit ein paar mehr Euros rechnen, sag ich mal, und da kann ich mir schon vorstellen, dass du auf dieses Gerät aufmerksam geworden bist. Allerdings stellt Keylife in meinen Augen wirklich qualitativ hochwertige Gerätschaften her, aber das ist natürlich auch nur meine Meinung. Die Kundenrezensionen sind in dem Fall überwiegend positiv ausgefallen, es gibt aber auch die ein oder andere kritische Stimme, würde ich dir definitiv empfehlen, vor dem Kauf noch einmal durchzulesen. Schauen wir uns auch gerne die Produkteigenschaften nochmal ein wenig genauer an. Leicht und komfortabel durch ergonomisches Design, Der kabellose Staubsauger hat ein geringes Gewicht im Vergleich zu anderen Staubsaugern und das ergonomische Design schont dein Handgelenk deutlich im Vergleich zum Pistolen-Design, was die Reinigung deutlich erleichtert. Super Reinigungsleistung! Im beutellosen Staubsauger befindet sich ein exklusiver Motor, der eine starke Saugkraft erzielen kann. Selbst bei niedrigem Akkustand vermindert dies nicht die Leistung des Geräts. Mit Hilfe der LED-Elektrobürsten und des fähigen Saugdesigns reinigt er besser als vergleichbare Bodenstaubsauger. Effizientes Filtersystem! Keylife kabelloser Staubsauger besitzt das Multi-Tier Cyclone-Modul mit 3-Tier-Filtersystem, welches Staub und Milben effektiv filtern kann und vor Allergien und sekundärer Luftverschmutzung schützt. Kleines und zweckmäßiges Handteil! Das kleine Handteil hat ein geringes Gewicht sowie ein schlankes Design und erfüllt damit spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel das Saugen in Ecken, in Auto oder sonstigen schwer zugänglichen Bereichen. Sicherheit bei Aufladung mit Hilfe von Batteriekontrollmodul! Sicher, austauschbarer Akku mit Lithium-Ionen-Zelle aus Japan und das Batteriekontrolle-Modul kann den Staubsauger vor Überaufladung und über Entladung schützen. Ja, in meinen Augen wahrlich ein preiswertes Angebot für einen Akku-Staubsauger. Es gibt wahrscheinlich noch leistungsstärkere auf dem Markt, aber gerade für Anfänger auf dem Segment würde ich definitiv empfehlen, vielleicht diesen hier mal auszuprobieren. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit meinem Ratgeber weiterhelfen konnte. Ich würde dir empfehlen, hier vor dem Kauf einfach nochmal einen Blick auf die Kundenrezensionen zu werfen. Das Amazon-Angebot zum Keylife Akku-Staubsauger verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, Ciao!